Schrott zeugt vom schockierenden Unfall. In diesem Auto starb nördlich von Los Angeles der Schauspieler Paul Walker. Der Star aus der Action-Reihe Fast & Furious saß nach Angaben des Portals TMZ auf dem Beifahrersitz eines Porsche GT. Auf dem Weg zu einer Benefits-Veranstaltung zugunsten von Opfern des Hurricanes Haiyan verunglückten Walker und ein Bekannter von ihm. Als Brian O'Connor gehörte er zur Stammcrew der spektakulären Fast & Furious-Filme. Noch in diesem Frühjahr schwärmte Walker im Bild-Interview von den Dreharbeiten. Aus der Zusammenarbeit am Set seien echte Freundschaften geworden. Das Team arbeitete gerade am siebten Teil der Reihe. Ob Kollegen oder Fans, viele werden Paul Walker schmerzlich vermissen.